Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschkan. Es ist Montag, der 26. Februar 2024, 9.50 Uhr. Wie wir an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wieder, nicht die der Societe General. Wir schauen heute auf einen Sektor, an dem man ja zuletzt gar nicht vorbeigekommen ist. Nvidia sei Dank mal wieder, muss man sagen, die Chips, der Halbleiterbereich und heute im Fokus AMD und Nvidia. Die Frage ist natürlich, können sich die Trends fortsetzen oder kommt es hier zu einer Top-Bildung. Wir starten mit der Aktie von AMD. Hier muss man sagen, gab es sehr schöne Signale, auch schon im vergangenen Jahr, als wir zum Beispiel die Marke von 9923 wieder zurückerobern konnten. Diese Marke war ja der Ausgangspunkt dieses Verkaufssignals im Jahr 2022 und hat dann auch anschließend immer wieder eine wichtige Rolle gespielt, zum Beispiel hier der Abpraller. Und ja, die Rückeroberung im Mai 2023 war dann ein erster Befreiungsschlag. Es gab dann noch mal eine Konsolidierung, Korrektur und dann ging es weiter nach oben. Jetzt interessant hier, für beide Seiten interessant, Bullen wie Bären, diese Phase oberhalb des bisherigen Allzeithochs bei 164,46. Wir haben jetzt also 1, 2, 3, 4, 5 Wochen der Konsolidierung auf hohem Niveau. Heißt, die Widerstandsmarke von 164,46 wurde ganz klar als Unterstützung umfunktioniert. Jetzt fehlt den Bullen sozusagen noch in den kommenden Tagen ein Folgesignal. Über 184,29 wäre dann der Weg nach oben frei und könnten auch Kurse über 200 Dollar erreicht werden. Auf der anderen Seite, wenn diese Range doch noch zur Unterseite aufgelöst wird, dann könnte auf den Impuls seit Oktober eine ausgeprägtere Konsolidierung, Korrektur starten. Ein interessantes Rücklaufziel wäre dann der Bereich um 132,80 Dollar. Das Ganze nochmal unter der Lupe hier im Tageschart. Wir haben also das alte Allzeithoch bei 146,46. Diese Unterstützung kann zur Unterstützungszone ausgeweitet werden in Richtung 162,56. Das ist also ein wichtiger Supportbereich. Der Nvidia-Effekt hat auch hier für ein Gap gesorgt, was noch geschlossen werden könnte. Stürmt die Aktie dagegen im Wochenverlauf weiter nach oben und lässt die Marke von 184,92 hinter sich. Dann wären Kurse über 200 Dollar erreichbar. Man kann in diesem Fall erneut die Range zur Oberseite abtragen, die Rangebreite und hätte dann beispielsweise Ziele von 198,74 und 207,28. Kurse unterhalb der grünen Zone und damit auch in einigen Tagen unterhalb des EMA50 würden dann wie gesagt ein Verkaufssignal auslösen. Kleinerer Support bei 151,05, größerer Support dann bei 132,80. Gut. Zwei Derivate, wenn Sie etwas handeln möchten, auf die AMD-Aktie. SU3-SSG, ein Turbo Endless Call. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 118,41,70. Der Hebel um die 3. Dann das Short-Produkt SU9-FQW, ein Turbo Endless Put. Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 235,55,60. Der Hebel auch hier bei 3. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, das sind nur zwei beispielhaft ausgewählte Produkte. Viele weitere Derivate natürlich auch auf Aktien wie AMD und Nvidia finden Sie unter www.sg-zertifikate.de. Trading-Aktionen, da läuft vorrangig noch die Aktion der Comdirect bis zum Donnerstag. Deswegen hier nochmal explizit der Hinweis. Ab einem Ordervolumen von 1000 Euro handeln Sie noch bis einschließlich Donnerstag. Alle Optionsschwelle, Zertifikate und Aktienanleihen als Comdirect-Kunde gebührenfrei. Und natürlich sind da die Produkte der Societe General gemeint. Es gibt noch zahlreiche weitere Aktionen. Da werde ich dann kommende Woche noch mal darauf hinweisen. Diese laufen zum Großteil auch bis Ende des Jahres. Aber da zeitlich begrenzt heute noch mal explizit der Hinweis auf die Comdirect-Aktion. Wir schauen uns den zweiten Wert an. Ja und da kommt man natürlich an Nvidia nicht vorbei. Ist jetzt ganz gut, denke ich mal, dass ein paar Tage wieder ins Land gezogen sind nach diesem heftigen Hin und Her. Hier erste Konsolidierung, dann wieder die Zahlen. Das heißt, man kann sich das jetzt in Ruhe anschauen. Im übergeordneten Bild ist ja der Aufwärtstrend jetzt nicht erst seit gestern gestartet und auch nicht erst 2023 gestartet, sondern sogar schon im Jahr 2022. Hier das Tief im Oktober. Zunächst diese Erholung, dann die Konsolidierung. Gerade in dieser Phase im Januar 2023, als die Aktie dann aus dem Abwärtstrendkanal ausgebrochen ist, das letzte hochüberschritten, worden ist, wurden dann starke Kaufsignale ausgelöst und die Aktie hat sich in Richtung neuer Allzeithochs bewegt. Diese dann auch dynamisch überschritten im Mai und interessant war jetzt zum Start 2024, dass die Aktie doch sich ein halbes Jahr mal der Auszeit genommen hat. Hier in der Range verlaufen ist. Roundabout 100 Dollar Range, 401 bis 502,66. Anfang des Jahres dann der Ausbruch aus der Range und die nächste Trendfortsetzung. Jetzt sind wir natürlich sehr weit in der Bewegung mal wieder im Wochenchart. Das heißt, eine Verschnaufpause, auch wenn es noch mal ein Überschießen gäbe, wäre dann wieder angesagt, dass wir uns beispielsweise auf Sicht einiger Monate, Wochen, Monate auch mal wieder dieser Aufwärtstrendlinie annähern. So könnte, wenn sich das jetzt weiter aufdröselt, auch die Vierstelligkeit in diesem Jahr noch eintreten und dann rechne ich aber schon mit einer ähnlich wie hier auch mal wieder ausgeprägteren Korrektur. Je mehr wir nach oben überdrehen, desto schärfere Rücksetzer sind dann entweder nötig oder desto länger anhaltende Seitwärtsphasen, um diese Überhitzung abzubauen. Das muss jedem klar sein, der sich jetzt hier noch positioniert. Der Trend ist aber freilich voll intakt. Im großen Bild würden erst Probleme entstehen, wenn wir tatsächlich wieder unter 500 Dollar in die alte Range zurückfallen und davon sind wir weit entfernt. Wenn wir es uns kurzfristiger anschauen, dann hat man jetzt als Trader nach dem markanten Zwischentief vor den Zahlen die große Chance, Stopps nachzuziehen und zwar unter das Tief unter 662,48. Oberhalb dieses Tiefs ist die Aufwärtstrendphase voll intakt. Das heißt auch Rücksetzer, die beispielsweise so aussehen, würden daran nichts ändern. Unterhalb von 662,48 wäre dagegen eine Verschnaufpause angesagt, beispielsweise wieder in Richtung dieser Aufwärtstrendlinie. Also wer auf Verkaufssignale aus ist, der kann sich diese Marke merken. Wer jetzt nochmal auf der Longseite etwas unternehmen möchte, der kann sich beispielsweise die 746,11 merken als Ausbruchslevel hier. Also das wäre die bullische Variante. Wir fahren jetzt hier nochmal zurück, stabilisieren uns einige Tage und setzen dann die Aufwärtsbewegung fort. Bärischere Variante, wir schließen das Gap und setzen dann die Aufwärtsvariante fort und die Verkaufssignalvariante. Wir fallen unter 662,48 und setzen dann in den Bereich um 575, also in Richtung dieser Aufwärtstrendlinie zurück. Zweite Erivate auch auf die Aktie von Nvidia. Da haben wir zum einen auf der Longseite mit der BKN SU4 RM5, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 530,70, Hebel um die 3 und dann noch ein Shortprodukt. Der Knockout liegt hier bei 1050,71, also über der 1000 Dollar Marke. Hebel auch um die 3 und das ist das Produkt SU65C3. Bleibt mir nur, Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenstart zu wünschen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wie weit uns diese Euphorie im Chipsektor auch noch in den kommenden Tagen begleiten wird. Und wir hören uns dann gerne, wenn Sie möchten, wieder kommenden Montag. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss, guys. Tschüss.